Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Bild, das in Russland gerade mit 4073 anderen Bildern verboten wurde. Es wurde erstmals 2013 bei Demonstrationen gegen Gesetze verwendet. Diese Gesetze stellten öffentliches Reden über Schwule und Lesben vor Jugendlichen unter Geldstrafe. Das Bild selbst wurde verboten, weil die geschminkten Augen und Lippen eine vermeintliche, nicht dem Standard entsprechende sexuelle Orientierung des Präsidenten implizieren. Meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn, da ich auch nicht glaube, dass dieses Gesetz die Verbreitung dieses Bildes verhindern wird. Ich glaube eher, dass sie dadurch gefördert wird.